Und es kommen auch wirklich Fach- und Führungskräfte zu uns, um sich über das duale System zu informieren, weil man eben sieht, dass die Länder, die ein duales System haben, durch die Finanz- und Wirtschaftskrise relativ gut durchgekommen sind. Also sprich, die Länder, also die Klassiker sind ja Schweiz, Österreich, Deutschland. Und das sind die Länder, die auch im europäischen Vergleich, im internationalen Vergleich eine enorm geringe Jugendarbeitslosigkeit haben. Untertitelung des ZDF, 2020